Mama, guck mal, wie schön! 4 Euro, lieber eine Banane, da hast du mehr voll. Mama, kann ich Dosen werfen? Nee, den Scheiß brauchst du gar nicht machen, da fliegt zu Hause eh alles in der Ecke rum. Kann ich noch eine Bratwurst haben? Bist du bescheuert, wir haben noch Brot zu Hause. Wartest du mal, rennst du mal nicht so weit nach vorne, sonst seh ich dich nicht mehr. Was macht ihr? Wir holen jetzt eine Banane und Popcorn. Ich glaube ihr beide habt einen Vogel, hättet ihr euch da vorne mal lieber eine Kette geholt, da habt ihr mehr von gehabt.